So, ich nehm auch wieder auf. Guck dein Rittschuhe, Mann! Mach ich aber. Geht ab. Meinst du? Ja, was? Genau. Ich hab grad überhaupt nicht zugehört. Ich hab grad SMS geschrieben. Scheiße, ey. Hab ich jetzt voll Kopfweh gekriegt, Mann. Stress da. Ach, Kiddies. Da kümmere ich mich nicht um. Ah, nee. Warum schüttelst du das? Weil mir da zu viel Kohlsache in meiner Cola drin ist. Das kenn ich. Mach's ne. Das kenn ich, zu viel Kohlsache. Nee, ja. Schüttel auf, langsam aufmachen, immer schön kommen lassen, Stück für Stück. Ja. Du Schweine, letztes Mal ging's schief. Na gut, da lag die Flasche auch ne Weile auf dem Boden. Ja, ist die vom Schreibtisch runtergefallen. Ist doch nicht schlimm, wenn's irgendwie schief geht, weil letztendlich... Frauen mögen's doch, wenn's spritzt, also... Das sind eigentlich viele viele Informationen, weil das geht mich eigentlich gar nix an, ob du dir ins Gesicht schiefst oder nicht. Sag mal, du der Arsch, ey. Du verallgemeinerst das und, äh, gibst da noch mehr Informationen raus. Denk dran, ich nehm auf. Das ist halt auch auf YouTube. Deswegen, ja, ich fange allgemeinere nur wie das, ey, vorhin ja. Und alle gehen voll drauf ein und fühlen sich vorher angesprochen, ne. Na toll. Ja, ja, bloß auf. Das ist schlimm, ey. Warum nimmst du das aber auf, ey? Wie komm ich denn jetzt rüber? Ja, wieso? Was hast du beim letzten Mal gemacht, wo er aufgenommen hat? Ist auch nicht viel besser. Ich kann ja auch einfach das Stück rausschneiden. Ja, warum ist doch ein lustiger Ladebildschirm. Na ja. Und es geht los. Wie vorhin mit dem kleinen Niesmann. Das Problem ist, was hab ich denn in der Mitte als Gegner jetzt, ey. So, ich bin top. Egal. Du willst hier, seit dem solchen, meine Meister-Stand. Ähm. Meister. Hier ist es eigentlich noch günstiger, Schatz. Einmal hier. Hier muss eins rein. In Tieren, ne. Und, nein. Hier. Ja, aber wir sind ja hier. Muss aber bei den Gegnern rein. Äh, warum geht's so arg jetzt da unten? Also, äh, hier, puff den ganz. Geh mal nach oben, bitte. Zu deinem Freund. Okay. Na, dann so, eher oben. Machen wir hier oben. Ich will euch den Weg zeigen. Du brauchst doch nicht, sorry, Schreiben. Ich hab doch nur mit dem Spanien die ganze Zeit. Alles easy. Ich hab' den Bock auf Fisch grad. Ich will lieber Karma spielen, die olle Schlampe. Okay. Wo soll ich um... Hörnendingsen? Oben, da wardet man, da wardet man und meistens da oder da. Oder da. Ja, am wichtigsten ist halt, äh, hier wo ich grad stehe und, ähm... Linions sind die und die. Linions has spawned. Ja. Wegen dem Jungler. Haben wir überhaupt einen? Weiß ich nicht. Ich hab' den Kali in der Mitte. Ich hab' Jax. Oder wir haben Jax. Ja, warum steht denn hier schon wieder da unten? Wardet und go. Zum Warden. Ja, Wardet. 1,50 immer. Oder 1,50, 1,50. Das sind die, äh, ganz einfachen Wards, ne? Ja. Die halten ne Weile. Soll ich hier mal machen? Okay, mach's nicht. Ich hab' ne Akali gegen mich, das wird lustig. Ich hab' hier, äh, 2. Jax haben wir. Was machst du? Komm zurück. Ich hab' falsch geka- Oh, warte mal, wenn ich Akali gegen mich hab', dann kann ich doch, äh, darauf zuerst gehen. Oh ja, das ist gut. Ach, scheiße, das war da falsch. Ich hab' mich jetzt vergessen, was mit Mana recht zu tun. Ach, den anderen hab' ich ja noch. Scheiße, ich Idiot, äh. Was? Loil. Na toll. Warum? Warum hast... Ich muss zurück. Hoppalla. Hoppalla. Was war das denn jetzt? Ja, ich hab' doch keinen hier, Mann. Wie soll ich denn nicht heilen? Nee, das mein' ich auch nicht. Wuuu-zu-lives-on. Egal. Teleport, ich hab' ich. Ja, die, äh. Die hat er. Jetzt hab' ich hier. Upsu. Ah, da hat sie sich geheilt, die Schlamm. Ahem. Die nette Frau. Akali. Wir nehmen ihr auf, da war ja was. Ja, das ist doch scheißegal. Wie ich hier manchmal umfluchen. Hallo? Schüsse. Kann man auch noch haben, äh. Ich hab' die gelangt, äh. Ich hab' die gelangt, oder? Wie ich den weiter angreif' immer so? Von hinten und so? What the fuck ist das?! Ja. von hinten und so lol ich bin noch weggeflasht direkt hinterher ich bin hier nach oben ja schatz netzlin mann ja ich hab uns hat ja ich wollte ja nicht auch sterben was sind dings hinter dir okay ich will jetzt nicht wissen was er gerade hinter dir gemacht hat aber die gegner ach so er läuft gerade hier unten rum ja ich hab's gesehen den bleib ich ja hierhin nein zu grün ok ich passe jetzt auf dich auf boah hör doch auf zu du bist du blöd der inne ist ein wuschlau ich hab halt gerade kein ward zur verfügung ich kann hier oben einmal warden ich kann akali lalalalalala ach so wir müssen ja oben sein wegen ward beim akali geht es erstes auf schuhe hä der inne ist da drunter Ich kann erstmal eine Ruhe einrauchen. Ich glaub, hätt ich Fitz gehabt, hätt ich Akali schon getötet. Ich lass mich grad Vollzeit mit Karma. Ja gut, ich ist auch eigentlich Supporter. Ja, aber eigentlich wäre Fitz günstiger gewesen, weil den kannst du Notfalls auch auf allen Lanes noch supporten. Ja, kann ich mit Karma auch. Karma ist die Supporterin, da kann ich nicht sein. Was passiert für ein Hähnchen da? Ja, ist halt blöd. Das macht dich langsamer. Ja, das hab ich schon gemerkt. Sündermär ist ne gute Waffe gegen Yi eigentlich. Ja, ich merk's. Du wirst auch durch seine Ruhe hier am Ende. Boah, ich fähle die Lasten-Kraft so hart. Was ist denn hier los? Wann mal hier bitte? Jetzt kann ich weggehen, jetzt kann ich endlich mal ein Dings holen. Das dauert noch 11 Sekunden. Geh weg! Fuck, ey, der hätte doch tot sein sollen. Der macht einfach noch kein Damage. Egal, ich kann gleich hier zurück teleporten. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Bleib am Tower, wenn du kein Dings mehr da hast. Nicht so offensichtlich stehen. Dafür spielst du noch nicht lange genug, einem offensicht so arka zu spielen. Ja. Ja. Hm. Dein Geldgemops. Nee! Wenn der Tod ist, ist es egal. Ja, aber da war er wieder da. Kann ich kurz zurück? Warte. Warte. Okay, jetzt kannst du zurück. Dann bleibe ich nämlich nur unterm Tower. Ich hab jetzt hier die Augen geholt. Kann im Prinzip fünf fortsetzen. Ja. Äh, drei maximal. Du kannst immer nur drei. Echt? Auch wenn du es im Prinzip kannst, aber du kannst immer nur drei setzen. Äh, aufpassen, die Mitte ist weg, ich hab keine Ahnung wo die ist. Also kann auch sein, dass die hoch kommt oder runter oder keine Ahnung. Hm. Warte ich hier durch kurz? Was ist der Kali, du feige Ratte? Komm mal her. Mann, das ist langweilig, die ist viel zu defensiv, Mann. Wie viel Spaß am nicht mich langweilen, Alter. Ich geb ihm das Support. Setz die Award. Ja, da ist einer. Da ist er. Oh der kommt, der kommt zurück, schnell! Weg, weg, weg! Da ist er! Weg! Ja, du Penner! Okay, da kommt der andere! Weg, weg, weg! Warte! Warte! Oh, scheiße! Ja, Mann! Ach du Penner, geh doch weg! Ha! Ich fühle mich permanent tot! Ja, Entschuldigung! Nein, das meine ich nicht! Ihr habt eigentlich noch nie gegen Jax und Dings gespielt. Jax ist ein richtig guter Char auch. Ja, aber... Jax ist richtig heftig auf jeden Fall. Und dazu kommt er darauf, dass Dings auch nicht grad schlecht ist. Also Trinder mehr, ne? Weil der macht generell mehr Schaden als ich schon am Anfang. Und, ähm... Nee! Hallo! Kannst du ihn hehlen? Was, Jack? Äh... Ne, hier! Frank! Der ist nämlich gleich tot! Ja, warte! Oh, jetzt hätte ich ihn gehen können! Blade Endbody! Warte, aber dich kann nicht rein! Ich helfe dir, warte! Oh, scheiße! Alter, what the... Wie oft hab ich auf ihn drauf gekloppt? Wieso ging der nicht tot? Keine Ahnung... Wird Ulti sieben oder achtmal auf ihn drauf gekloppt? Seine AP ging nicht runter! Naja... Jax halt, ne? Der hätte tot sein müssen. Jax hat ne Fähigkeit, wodurch er sich verteidigen kann ne gewisse Zeit. Na, dann hat die Gott getriggert. Juhu. Kannst du kurz beim Thorndingsen bleiben? Zurück. Zurück. Ali geht mir langsam auf den Sack, Alter. Ich würd doch Fitz nehmen sein. Ne, ne, dass sie uns hier oben mal erzählen können, die mal kurz... Down-Cloppen. Bei Jax geht ja auf den Sack. Die sind gefiltert, sag ich mal. Ja, das ist das Problem. Mhm. Ein bisschen zurück. Die kommt. Die müssen sehr, sehr defensiv spielen eigentlich. Fast nur noch am Tower hängen. Okay, der innen ist jetzt... Ja, der hat da am Wort gesetzt. Ja, da rennt jetzt, äh, zu Red. Da rennt jetzt unser Red. Mach's ja. Ja, nicht unbedingt keiner sein, dass er zu mir kommt. Bleib mir hier! Wir haben Killian's memory. Ihr müsst bei den Minions, vor allem in der Nähe von der Tower bleibt, weil ihr so... halt etwas gefiltert habt. Ja. Komm zurück. Nö, der ist eh grad weggerannt. Der andere geht sich grad Red holen. Also unsage halt, blöderweise. Nein! Er überlebt es, weil ich keinen Mana mehr hatte. Er kommt da. Ja. Und der hat sich Red geholt. Ja. Zurück. Akali hat überlebt, weil ich keinen Mana mehr hatte. Ich gottse. Ich hätte nichts mehr an live, ne? Ich hätte nichts mehr an live, ne? Ich hätte nichts mehr an live, ne? Ne, bleib hier hinten, bitte scherz. Was hatten die Akali schon? Die hat ein Hextech. Das drehe ich jetzt hier auf. Das. Das. Da kommst du mit? Dass ich worauf setzen kann nochmal. Hier muss ich eben ein paar Worte finden. Seit wann ist eine Leblower in der Mitte. Jetzt getauscht mit... Achja, okay. Ich holte uns auch schon einen Tower down, deswegen. Pass auf, nein. Die sind da unten drinnen. Wahrscheinlich wieder. Ja. Lass wieder zurückgehen. Wir bleiben defensiv am Tower. Wir haben schon zwei Lanes relativ gut gepusht mit den ersten Towern weg. Und dadurch... Die unteren und die unteren sind halt nicht jetzt auch. Äh, wir sind jetzt zweiten. Ja, ja. Ich weiß. Weil wir gepusht haben. Wer ist denn jetzt bei dir in der Mitte noch? Äh... Na gut, schwarze. Äh. Na, dann war die auf der... Äh, Leblower noch bei mir. Ich wollte bis auf einer von unseren beiden hier. Ne, ne. Ist mir egal. Guck mal. Wer da dich verlässt sind, vernachlässigen sie jetzt die Botlane. Leckas. Und... Dadurch kann Jinx und so jetzt da unten gut... Äh, du feige Drecksau. Immer schön in deine scheiß Blase da rein, ja? Warte, ich geh mal... Kurzes, klein andern Weg. Lässt mich hier alleine. Nein, ich wollt nur hier unten warden. Das Gebüsch. Ich hätte eigentlich Turm verteidigt. Jetzt muss man nämlich noch weiter zurück. Ich bin mal weg geflasht. Ja... Keine Chance. Nein! Scheiße! In einem Moment kann ich noch warten, dann kann ich mir das Schwert holen. Im Moment, kurz warten... wird verfolgt niedlich warum sagt ihr nicht dass von oben einer von euch weg ist ja ich habe es da und haben wir doch gesagt das hat aber nichts zu sagen einfach nur sagen dass von euch von den zwei einer weg ist weil der kam gerade von hinten von mir hätte ich das nicht mitgekriegt oder ich immer auf die mini karte gucke hätte mich gekillt darum ging es mir gerade nur so nebenbei die gerade totes konnten wir nicht sehen warum ihr habt eine mini karte könnt doch sehen ob einer da ist und noch lebt von euren oder deswegen habe ich ja gerade eine frage aber ich habe es ja jetzt erst gesehen ja das müssen wir auf die mini karte achten du hast Fahrzeichen gemacht? stimmt aber du musst zwei stück machen wenn beide weg sind wo sind sie irgendwo? das war ein bisschen fail scheiße danke geh mal runter ein bisschen da unten ist einer na das checks in der Mitte ist weg ach doch da kommt oh da kommt welche ja Akali kommt auch ruhig zu ja voll crank aber mein Leben ist mir dann doch wichtig haben wir keine chance gehen wenn sie zu dritt ankommen ja das beginn ok der eine kommt von unten den sehe ich da der ist da na der hat sich auch die anderen zwei sind weg Akali ist wieder in der Mitte krank kommt wieder zu uns helfen ja aber jax ist weg ähm warum ist Glitzkarin jetzt noch an euch? ohoväher was ist hier los? komm head runter head runter ne da war er ja nicht er braucht noch ganz streng kalt wetgehen ja warte erstmal Fragezeichen Scheiße, wo kommt er her? Nee, Jax! Also, wo kommt er denn jetzt her, ey? Boah, wie gefiltert der ist, man! Der gibt mir einen Hit! Was, der mit dem Schwert? Jo! Ja, wir haben doch gesagt, der geht jetzt runter. Ja, aber ich dachte ja nicht, dass er so krass gefiltert ist. Ich hab ja nicht drauf geachtet, wievielkehr ist er. Der gibt mir einen Hit, ich war tot, ey! Fuck, man! Wer ist denn das? Wenn da mehr... Ja. Sechs Kills hat der. Ja. Haha, du hast auch sechs Kills, Schatz. Echt? Ja, okay, der hat ein paar von mir wahrscheinlich. Einer vielleicht. Naja, dann sechs Deathkasten. Kills hab ich noch gar keinen. Der ist da drinnen. Ähm, mit runter gehen! Mit dem Jack? Drauf da, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da, drauf! Oh, 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 oh! Perfekt! Gehen Sie bitte zu zweit in die Mitte, ey! Hoppa, bitte, bitte, bitte! Wo bist denn du? Geh mal ein bisschen weiter weg, damit ich dich... Kannst du Mana geben gleich? Danke! Ja! Okay, go! Was machst du? Raus! Komm raus! Komm raus! Komm raus! Bitte? Bitte so, oder? Nee! Doch, ich hatte gesagt, komm mal mit Mitte, aber jetzt ist eh zu spät, jetzt sind sie schon weg! Oh, zieh ihn ran! Zieh ihn los ran! Kleiner Noob, Alter, du... Blitzkopf! Mana? Gehen doch ran, äh... Und er klaut auch noch die Chaos, äh, ich krieg ne Macke! Äh, du bist so ein Lappen, äh... Äh, du bist so ein Lappen, äh... Kommst du mit runter, bitte, hier? Danke! Du musst dann wieder Wards aufladen, gell? Ja, natürlich, Alter! Meine Fresse, ey! Was ist das für ein Lubi ja schon wieder, ey! Holt den Tower wenigstens! Kommst du zurück, Schatz? Ja! Lass meine Wards aufladen! Ja! Kann ich auch einkaufen eben! Sehr gut! Okay... Dann geh mal mitten! Wir haben da einen Turm zerstört! Sollen wir dann, äh, mit Mitte kommen? Ich kann surrendern! Warum klickt ihr alle Nein? Nein! Warum klickst du Ja? Weil ich den Vote gestartet hab! Weil ich sehe, dass wir verlieren, weil die Gegner zu gefeiert sind! Guck's dir doch an! Nur weil wir ein paar Tauben haben, heißt das nicht, dass wir noch gewinnen können. Könnte man schon, aber, ähm... Wenn Trindam jetzt schon so gefeiert ist, hat das keinen Sinn mehr! Er macht seine Ulti an, stürmt an uns ran und killt uns alle! Das ist einfach nur das Problem! Außer wenn wir immer im Team sind, dass man... Aber das können wir nicht machen, weil dann können wir nicht alle Lanes halten! Nein! Dex war unten, ne? Egal! Auf den Tower! Oh, Tower raus! Jaaaa! Rechts kommt, äh... Geil! Ey, dieser scheiß Blitz könnte man... Der klaut sich nur ohne Ende, Alter! Los mit dem, ey! Los mit dem, ey! Nein! Nein! Nein, nein! Nein, nein! Hat dich doch grad tot, ey! Vor allem der Klock hier die ganze Zeit die Kills noch wär! Ja, Blitzcrank! Rauf! Rauf! Rauf gehen! Jetzt sag mal, rät ich Chinesisch? Entschuldigung! Gibt's nicht. Doch, geht's! Ne! Doch! Jedes mal, ey! LeBlanc entkommt, jetzt entkommt mir Jax, weil keiner mit drauf geht! Ein Mannheim kommt zurück. Ey, ich konnte nicht mal flashen. Hallo? Oh, das ist ja ein Mannheim. Auf Jax, Mann. Der hat kein Leben mehr. So viel handen. Dann lasst es. Wer von hinter uns kommt, Akali. Bleib bei mir, bitte. Geh mit drauf. Ey, siehst du, da kommen die wieder zum Killabschauen, Alter. Was ist hier los, Mann? Ne, hast du bekommen. Ja, ich weiß, aber du hast es von Teams gesehen. Auf einmal schließt die von weiter Entfernung hier an ein Spieltorn drauf, ey. Ey, das sind so eine Killstealer, Mann. Die können nichts. Auf den Tower. Schieß mal mit auf den Tower drauf, bitte. Ja. Egal, weg, 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 weg. Ah, ah. Ah, Tower ist down. Egal, Tower ist down. Egal, weg, 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 weg. Exist. Your turret has been destroyed. That is the greatest enemy. Form before strength. Keep up. Skipps nicht er. Hallo, ich... Ist doch tot, man. Hä? Warum ist er jetzt tot? What? Ja. Skipps nicht. Hast du ja geklickt? Es waren zwei nein's und zwei ja's. Von daher hätte er eh nicht abgebrochen. Der Blitzkrank ist so schlecht, Alter. Ich glaube, die Kills klauen, Alter. Er hält sich für den besten, weil er die Kills klaut, Alter. wir brauchen mehr wards jawohl wo soll ich setzen ach zum beispiel jetzt hier setzt man dann oder hier oder hier und so dass man ein bisschen überblick hat akali kommt von unten die ist gut weil dann sehen wir auch ob einer den warte mal zurück ich mache meinen schaden durch mit den fähigkeiten kommen wir von hinten daran kommen wir mit dem sie ja das ist gar kein tower mehr egal achtung hinter dir mit drauf schießen drauf mit den jetzt von hinten zu den anderen kommen wir haben gleich den links kaputt was denn war schon gut er meinte den bla 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 das scheiß dinge ja die eine ist da irgendwo die geht zurück mit auf darius sehr gut mein fünfter jetzt sind fast in folge na ich hab noch nicht allein woaatt ich hätte wahrscheinlich hier rein ich hätte wahrscheinlich hier rein gaiana mirin hirin hr 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 alter n l hr hr wieso haut er direkt nicht abgelbiss krank ist das blöd oder was Ich hab ihn gemötet, los! Ich hab ihn gemötet, los! Ich hab ihn gemötet, los! Ja, hab ich doch gar... Ich hab ihn gemötet, hau drauf! Ich hab doch gesagt, ich hab ihn gemötet, hau drauf! Ich hab extra mit drauf gehauen! Da hab ich... Gar nicht drauf klar, Alter! Ey... Er hat nix mehr gehabt, äh! Ja, jetzt geht's doch nicht allein gegen 3, Alter, was ist denn los mit dir, ey? Sonst wird Blitz jeden Kill-Clown diesmal ist er weggerannt, ey, ich verstehe es nicht. Nein, bitte, Frau, wieder da. Bisschen mal ganz kurz. Shopping! Wo sollen wir denn deffen? Das ist doch nirgendswo einer. Ist der behindert oder was? Meine Güte, was sind das immer für Leute, was denken die, wer die sind? Die Programmer vom Herrn. Achtung! Der Blitz, Alter. Heftig. Die kommen gerade alle in der Mitte. Ah, jetzt machen wir einen kompletten Mittelfreihen. Achtung, Jax, hinten. Ja, ich merke es gerade. Warte, ich tue mir mal. Ich habe dir immer noch ein bisschen Suite gegeben durch das Schild. Nice! Ich bin jetzt hier. Es ist egal, ich muss ihn mal. Ich kann es mir machen. Ich würde den Tauro dann hier holen. Er teleportet zurück. Kann, er soll er, mach. Das ist das Flohneft-Sommer. Lauf, 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 lauf. Dabei. Flash hab ich nicht mehr. Naja, aber ich hab dir grad was gegeben, damit du schneller bist. Keine Chance. Egal. Achtung, gell. Dann haben wir schon wieder die Creeps direkt da. Nein! Oh Gott. Da kam drin auch noch eine. Ja. Jetzt sind die da irgendwo. Ah, da. Oh, du von euch Teleport dabei? Nein! Ich hab Teleport. Wohin? Ja, ne, warte mal. Ich muss grad mal gucken. Doch, das könnte man... Ne, ich weiß nicht. Das nur für ein Equip, warte mal. Dürfte reichen. Du musst auf Blut erst da gehen, ne? Wir sind Eternos. Auf was muss ich? Du das, da brauchst du jetzt endlich mal. Ja, will ich mir holen. Ähm... Sind alle vorne, okay, wo bist du? Zeig dich nicht, geh zurück, geh zurück, zeig dich nicht. Geh zurück, 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 zurück. Support dich gleich an die Ward da unten. Und gehst dann auf den Inhibitor da oben. Okay. Sag Bescheid, Van Gogh. Mach, 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 mach. Wir sind gerade alle hier vorne. Okay. Aber schnell. Akali ist hier. Sind gerade ein paar tot und die anderen sind weg. Die anderen hier sind hier. Ja. Wir wollen einfach dauern den Scheiß in Inhibitor. Nur auf den Inhibitor. Ja, scheiße. Du hast den Rest. Ja. Observe. Bist du noch dauernd bevor Akali dich pickt? Ja. Ich hab hier extra noch Ulti dafür reingeschmissen. Ja, ist okay. So, wieder ausgeglichen. Beziehungsweise ja gut, wir sind jetzt im Vorteil, weil... Wir haben einen Inhibitor mehr als die. Und ich hab den Platz fast letztendlich fertig. Komm noch Akali, komm noch. Ey, geht da fucking Blitzkrank, Mann. Der geht mit dem Sack mit deinem Kist hier. Okay, Trinder kommt. Boah, scheiße. Ah, ich hab noch ge... Stunnt für dich. Nein, ich hab... Ja. Danke. Okay, da rein ich jetzt aber weg. Ah, der ist so gefeiert, Mann. Der hat zu viel Equipation. Ey, hast du das gesehen? Ja. Ein Hit, halbes Live-Back mehr. Ah, das ist Trinder. Trinder ist das Problem, dem muss man sich vom Leib halten. So wie ich zum Beispiel, dass ich ihn dann stunne. Und von Weitem den Damage machen. Ging's, ey. Boah. Ich bin da mit rein. Ja, ich wollte ihn gar nicht rein. Aber der eine hat mich verlangsamt. Und dann war ich in ihrem Kreis drin und bin ich nicht mehr weggekommen. Da ist Trinder mehr, ey. 26 Kills hat er schon, ey. Kann ich vergessen bei dem. Könnt ruhig auf Ja klicken. Ja, hab ich auch noch. Wer macht immer immer nein, ey. Das kam ja. Wir sind hier ins klicken! Ich bin ja leer! Aber dann wird keine Probably von weit weg culturalischer Hoodling. ne Sydney! Eine. Oder? Eine. W«klauchst fabric Machinderches син. Ich heißt den der Schraub. B геро. Achtung, Jaxx kommt. Na ja, eigentlich kommen alle. Alter, klaut ja den Kill, den ich so low gemacht habe. Ja, aber trotzdem war es nice. Ja, natürlich. Es war eigentlich ein Kill-Safe, bevor er nochmal wegkommt. Ich will meine Kills haben, ich habe gerade noch 9. Was ist los? Hallo, ich habe einen. Was soll ich denn da? Alter Schwede. Alter Schwede. Achso, Mana. Ja. Ey, der Typ, Mann. Ey, der setzt seine Ultian um einen Kill zu klauen. Ey, was ist hier los, Alter? Der Trin hat sich schon wieder hochgeheilt. Ja, das war nix. Ja, das war nix. Oh mein Gott, da waren so viele. Hast du da einen Teleport-Weddy eigentlich? Ähm, ja. Ja. Wann lebst du wieder? Ich lebe. Du lebst? Ja. Ich stehe im Spawn. Okay, warte, bleib mal im Spawn bitte stehen. Ja. Weil man sieht gerade keinen. Obwohl ich denke, die machen einen Baron. Teleportier dich da mal hin. Warte da noch kurz. Ja. Soll ich mitgehen? Du Teleport? Nee. Ich meine eigentlich auch mit dir mitgehen. Ich bin tot. Immer noch. Ja, aber die anderen sind mir gerade voll egal. Hast du eine Ward oder so gerade frei? Ja, ich habe alle frei. Wieso? Ich ja. Habe ich. Pack mal. Okay, rein, rein, rein. Halt! Nein, stimmt. Warte, 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 warte. Den Blau war da gerade. Pack mal eine Ward hin. Äh, damit du dich später da irgendwo wieder hin teleportieren kannst. Wird aber nicht so lange halten. Bis Teleport wieder ready ist. Egal. 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 Die sind alle oben, oder? Egal, du hast 50 Shit oder so. Egal. 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 Ich hätte es echt noch nicht geschafft vom Tower wegzukommen. Ich glaube, soll ich kaputt machen. Ja, wir hätten links um erkannt. Geh, geh auf den Indien. Geh auf den Indien. Geh drauf. Geh drauf. Einfach. Scheiß auf die Minions. Geh sofort drauf. Ja. Ulti an. Mach einfach. Ich weiß nicht, ob du das schaffst, aber du... Na egal. Nein, da hat sie sich erledigt. Ja, ja. Egal. Ein Inhibitor habe ich noch kaputt bekommen. Mal wieder. Das war eh verlorenes Game. Das ist... Ja. Na, mit solchen Spackos im Team keine Chance.